Ich bin genau wie Sie. Glatte Stirn, straffe Haut, jugendliches Aussehen. Das war gestern. Klinische Tests beweisen mit Laboratoire Laurent Kaiser. Bis zu 73% mehr Lachfalten, eine bleibende Denkerstirn und porentiefe Schmonzelgrübchen. Laurent Kaiser. Nächste Woche bei Comedy aus dem Labor. Damit Ihnen auch morgen noch das Lachen im Halse stecken bleibt.